Hey Leute, heute ist mein Geburtstag und alles, was ich mir wünsche, ist ein Teil eines Pokémon-Teams zu werden. Alter, nein Mann, nicht ich. Ich hatte schon das Vergnügen mit Raupi. Frag jemand anderen, ich bin raus. Ist schon gut. Irgendein Trainer wird mich schon bald einfangen. Oh, da kommt ein Trainer. Ich werde ihn überreichen. Hä? Ich habe doch einen Schutz eingesetzt. Hallo Trainer. Warum zum Geratiner kann ich nicht fliegen? Warte, ich will nur Teil deines Pokémon-Teams werden. Hä? Redest du mit mir? Bitte gib mir eine Chance, ich verspreche ein gutes Raupi zu sein. Willst du Teil meines Teams sein, Kleiner? Ja, das ist alles, was ich mir wünsche. Na gut, wie du willst. Danke, dass ich deinem Team beitreten darf. Welches Abenteuer kommt als nächstes? Oh nein, sorry. Du kommst auf den PC. Was? Aber ich wollte doch ein entscheidender Teil deines Teams sein. Ah, sorry Mann. Aber PC passt besser zu dir. Wieso? Ich könnte dein bester Freund werden. Hey Mann, ich würde dich echt gern behalten, aber ich wäre eine echt grenzdebile Doppeldumpfbacke, wenn ich eins dieser Teammitglieder für ein Level 2 Raupi rausschmeißen würde. Schön. Ich verstehe schon. Dann werde ich wohl mal zum PC gehen. Ihr werdet alle sehen, was ihr davon habt. Ich werde wohl nie verstehen, wie lebendige Materie auf ein PC gehen kann. Hey Rot, sag ihn, dass sie sich auch die anderen Videos rechts von dir angucken sollen. Sei nicht nervös, Rot. Sag's ihnen. Ich werde... Was war das denn?